Die Höhle schreit doch förmlich danach erkundet zu werden. Natürlich gleichen wir hier gleich mal schon mal ein bisschen was aus. Bietet sich ja an hier. Zwecks Gobblestones. Drei Stück. Was machen wir hier rein? Hier könnten wir irgendwas rein machen. Können wir hier schon mal abbauen. Eins tiefer. Das geht aber auch so schnell. Meine Güte. Wie schnell man abbauen kann mit der Hacke. Die gefällt mir richtig gut. Es könnte sein, dass es gar ein bisschen laut ist. Ich hoffe, es ist erträglich laut. Oh nein. Das können wir nicht bringen hier. Machen wir das wieder zu. Aber hier nach hinten können wir noch eins machen. Hier ein, hier ein. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut jetzt. Wäre doof, wenn ihr mich fast nicht mehr hört. Und ich hoffe, euch wird es jetzt nicht zu langweilig. Das mache ich jetzt nur mal kurz. Wer das Let's Play aktiv mitguckt, weiß den Grund. So, hier noch zwei. Geht doch eigentlich ziemlich zügig. Hätten wir jetzt noch die Diamantfaust, ne? Ging das noch zügiger? Aber, ja, ich muss... Ja, das wollte ich ja noch sagen. Stimmt ja. Ich habe mir den Mod besorgt, die Diamantfaust. Und bevor er jetzt gleich ein Gegröle ausbrecht vor dem Bildschirm. Ich benutze den nur in solchen Fällen, wo er wirklich gefragt ist. Nicht, dass er jetzt sagt, ey, voll der Cheater. Weil gecheatet ist das eigentlich gar nicht. Weil wenn man sich die Diamanten verdient hat, wenn man die gefunden hat, ist das auch kein Cheaten eigentlich. Ist eigentlich total legitim. Bauen wir hier mal ab, so wie wir fröhlich sind. So, und nach oben wieder. Jetzt müssen wir eigentlich genug haben. Es wird nämlich auch schon wieder Nacht fast. Was ist denn eigentlich dahinten alles? Wir gehen nie sehr weit von unserem Haus weg. Oh, es wird dunkel. Zurück, zurück, zurück. Und ich weiß auch warum. Die St... Schieße... Scheißen, Dreck, scheißen, Dreck. Oder wird es dunkel? Ja, es wird wirklich dunkel. Aber wir müssen sowieso nach drinnen. Da könnte ich noch zwei Fackeln hinstellen. Die Tür bei dem zu? Ja, gut Und tschüssi Da könnten wir uns noch ein paar schöne Bücherregale machen Die zwölf, wo wir hier haben, müssten eigentlich schon dafür reichen So, Klinis Und noch mehr Klinis Äh, Kobbels und nochmal Kobbels Dreißig Dreißig Neunzwanzig geht So, die lassen wir mal schön brutzeln Was wollten wir noch? Irgendwas wollten wir noch Ähm Ja, genau, Eisen, das müssen wir nochmal schnell machen Schmeißen wir schon mal das Eisen da rein? Los doch Los doch, ach komm Was wollten wir noch machen? Ähm, ja das Schilf abernten Büch, Bücher, genau Wie ging die nochmal? So, ging Papier Da brauchen wir noch bedeutend mehr Und wir haben bald schon keine Spitzhacke mehr Was bedeutet, wir machen uns mal schnell eine Wo waren die Stickies? Hier waren sie Was heißt eine, wir machen uns gleich zwei Eins, zwei Und ne neue Axt vielleicht So, perfekt Die Giese können wir ja daher Ähm, brauchen wir irgendwas hier nicht Die Koppelstons lassen wir erstmal einstecken Glas müssen wir dann wieder mal holen Langsam, aber sicher Und mehr Brennöfen, weil das Glas kommt ja auch noch dazu Aber ich wollte eigentlich eher mehr Kisten unten hinstellen Und wir könnten natürlich noch eine Etage tiefer gehen Wisst ihr was, ich nehme mal das Holz Machen wir einfach mal zwei Kisten Eins, zwei Wo sind nochmal die Stickies? Hier, ne? Gut Ist ja genau aufgegangen Ein Schild Und noch ein Schild Dann tue ich hier, ähm Eisen und Gold rein Und da sind ja nur noch Waffen drin Und da sind ja nur noch Waffen drin Und da sieht sich besser aus Koppelst du uns? Und da ist ja nur noch Waffen drin Ja, nur noch Waffen drin Vielen Dank.